Moin Moin und Hallo! Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ich ein TV-Board oder auch genannt ein Lowboard aufbaue. Der Korpus ist in schwarz matt, Fronten sind auch in schwarz hochglanz gehalten und inklusive einer LED-Beleuchtung in blau. Als allererstes solltet ihr alles auspacken, vor euch hinlegen und mal schauen, ob alles da ist. Wir haben hier diese Mittelträger. Mit diesen Freunden werden wir nämlich jetzt anfangen, das Lowboard gleich zu montieren. Das heißt, checkt alles durch, ob auch alles da ist. Anhand der Bedienungsanleitung könnt ihr dieses nachvollziehen. Checkt auch, ob alles in Ordnung ist, keine Defekte vorliegen, keine Kanten gestoßen sind oder Brüche vorliegen. Wenn ihr das alles getan habt, dann geht es los. Wir haben also alles bereit. Wir brauchen einen Akkuschrauber mit Kreuzbits, einen kleinen, einen größeren und wir brauchen noch einen Hammer und das sollte eigentlich schon zur Montage reichen. Ich habe hier alle Sachen sogar schon sortiert hingelegt. Wir haben also Winkel dabei, wir haben Schrauben, wir haben diverse andere Anbauteile. Wir fangen an mit den Excentern. Diese Excentern sind so gebaut, dass eine bolzenartige Schraube dort hineinreichen kann und dann durch eine Bewegung mit einem großen Kreuzschlitzschraubendreher diese besagte Schraube dann, weil sie einen dicken Kopf aufweist, festsetzen kann. Dadurch verbindet man ein senkrechtes Korpuselement mit einem der waagerechten Komponenten einer Lowboard Montageeinheit. Ihr habt an diesem besagten Excentern habt ihr einen Pfeil. Dieser Pfeil zeigt immer in Richtung des Loches bzw. in Richtung, wo später dann der Schraubenkopf liegen wird. Das heißt also, achtet darauf, dass ihr diese Excenter nur in die gefrästen Löcher einsetzt, denn ein anderes Bauteil kommt dort nicht in Frage. Das heißt also, da können wir schon mal alle hineinballern und danach fortfahren. Das TV-Board Movie in dem Fall passt mit seinem offenen Design in jedes Wohnzimmer. Es besteht aus vier offenen Flächen mit zwei Glaseinlegebünen und zwei seitlichen Fächern. Die großen Fläche werden an der Vorderseite von einer dekorativen, farblichen, abgesetzten Zierleiste umrahmt. Die seitlichen Fächer befinden sich hinter dem rechten und linken Blender. Damit Receiver-Fernseher und Spielekonsole ohne Probleme angeschlossen werden können, wurde auf der Rückwand glänzlich verzichtet. So, das heißt also, unsere Excenter sind nun gesetzt. Jetzt kommen die, wie ich sie gerade schon erklärt hatte, die Excenterschrauben rein. Ihr seht, das ist ein Kopf, der kommt dann sozusagen in der Trockenübung in den Excenter rein. Dieser Excenter wird dann gedreht und fixiert dann diese besagte Schraube. So, jetzt kommt unser Akkuschrauber. Ihr könnt natürlich auch einen Handkreuzschlitzschraubenzieher benutzen und werdet nun auf die große Korpusfläche gehen. Dort sind nämlich kleine Löcher angebracht. Diese kleinen Löcher sind für die Aufnahme oder für die Vorbohrung der besagten Excenterschrauben da. Und nun schrauben wir die besagten Schrauben nun so weit rein, bis sie Kontakt mit dem Korpus komplett aufliegend haben und so eine stabile Verbindung in einer 90 Grad Bewegung mit sich bringen. Neben den Vorbohrungen für die Excenterschrauben gibt es noch größere Löcher. Diese größeren Löcher sind immer für die zweite Komponente der Verbindung von zwei Korpuselementen reserviert. Und das sind nämlich Holzdübel. Also alle schön reinschrauben und mit der optionale herzlichen LED-Beleuchtung kann man die beiden Glaseinilgeboden dezent akzentuieren. Der Korpus Ober- und Unterboden, Mittelboden und Seiten ist in einem matten Schwarz gehalten. Die Zierleisten bestehen aus MDF und sind entweder in Hochglanz oder in Natur. Realistischer Maserung verfügbar. Jeweils mit abgerundeten Kanten. Oh, die naturrealistische Oberfläche der Farbe Avola, Champagner, Avola, Antrassid und Eiche, sehr genau, weisen eine feine Reliefstruktur auf. Aber ich mag lieber Schwarz, wie ihr hier seht. Black is beautiful. So, jetzt haben wir auch schon fast alle Exzenterschrauben in den Korpus Ober- und in die obere Platte getrieben. Denkt daran, den Drehmoment nicht so hoch zu wählen, weil dann könnte es sein, dass ihr Defekte nach euch ziehen könntet. Jetzt kommen wir neben den senkrechten Platten dazu, die Beserkendübel hineinzustecken und danach mit einem Hammer festzukloppen. Haut da nicht wie so ein Beserker drauf. Haut einfach leicht drauf, bis nur noch ca. 1-2 cm hinausragen. Diese Sachen sind nämlich dafür da, um noch mehr Stabilität in den Korpus hineinzubekommen. Und die sind aus Holz gefertigt. Und wichtig ist, haut sie nicht in den oberen oder unteren Korpus-Teil, sondern immer in das Teil, was mit den Exzentern ausgestattet ist, das heißt also im Kopfholz. Immer an der Seite, nicht an der Fläche eines Körpers die besagten Dübel hineingeben. Denn wenn ihr die nämlich in eine großflächige Fläche hineinschlagt, dann kann es dazu kommen, dass diese Fläche, weil ja auch direkt dort das lackierte Teil angrenzt, springen könnte oder euch Risse bilden. Wenn ihr die aber ins Kopfholz reinballert, in dem Fall ist es eine, die hatten ja geschrieben, eine MDF-Platte. Ich würde aber sagen, dass es eher Pressspan ist. Aber das ist nicht stimmt. So sind viele Korben gebaut. Wird dort nämlich der Druck gleichmäßig verteilt. Und es ist auch viel einfacher, es später dann einzufriebeln, weil ihr habt dann so ein System, wo auf der einen Seite die Führung ist und auf der anderen Seite kommen dann halt die besagten Dübel zum Einsatz, um dann eine vernünftige Verbindung stattfinden zu lassen. Das Montage-Zube ist aus Metall und sorgt für eine stabile Montage. Eine einfache bebildete Aufbahnleitung ist auch noch dabei. Das heißt also, die kann euch auch noch unterstützen oder ihr benutzt einfach mein geiles Video, wie ihr es sehen könnt. Jetzt kommen wir zu den Fronten. Also, wir sind noch alles in der Vorbereitung. Wir equippen jetzt sozusagen unser ganzen Stuff, die wir später dann ineinander verbauen werden. Okay, wir nehmen jetzt also die rechte und linke Frontplatte. Die sind Hochglanz. Da ist eine Folie drüber. Diese Folie solltet ihr noch nicht entfernen, weil sonst könnte es zu Kratzern in der Hochglanzfolie, nicht Folie, sondern in der Hochglanz-Vorderstück kommen und das wollen wir ja vermeiden. Nun müsst ihr sie genau hinlegen, weil diese Teile werden später dann mit dem Korpus und den Winkeln verbunden. Das heißt also, nehmt euch wirklich mal die Aufbauanleitung genau zur Hand und schaut euch die Löchergabe an. Wenn die Löcher oder legt ihr sie genauso, wie es in der Aufbauanleitung vor euch ist, hin und dann zählt ihr die Löcher. Dann nehmt ihr die besagten Winkel und packt diese erstmal in Trockenübung auf die besagten Bohrlöcher. Wenn ihr dann sicher seid, dass ihr das richtig abgeglichen habt mit der Bedienungsanleitung, dann könnt ihr zur Montage selber fortschreiten. Aber erstmal sollten wir diese Sachen erstmal in der Trockenübung ausrichten und hinlegen. Damit ist es einfach ärgerlich, danach wieder in einen Korpus zu bohren oder halt die Schrauben wieder zu extrahieren, weil vor allen Dingen, wenn ihr preiswerte Lowboards benutzt, dann solltet ihr die nicht so oft auf- und abbauen. Das ist wichtig. Einmal halten sie immer, beim zweiten Mal wird es schwierig, beim dritten Mal müsst ihr schon mehr Winkel benutzen, um diese wieder tragfähig hinzubekommen. Die Maße dieses TV-Boards liegen in Zentimeter bei 135 x 30 x 39 und dort passt recht viel drauf. Wirklich. Also ich habe es ja schon montiert und ich finde, die Montage geht recht einfach vorhand und es ist ein recht angenehmes Ergebnis danach. Die Montage jetzt geht also mit den kleinen mitgelieferten Schrauben, das sind so Torx-Schrauben, nicht Torx- sondern Kreuz-Schlitz-Schrauben. Dann richten wir natürlich den Winkel noch zur Außenseite des benötigten Front-Partie aus und werden nun alle anschrauben, so wie wir es uns auch vor uns gelegt hatten. Ein Lowboard ist auch oft Hi-Fi-Rack genannt oder ein TV-Möbel genannt. Es ist so ähnlich, ich denke es hat die Anfänge in einer Anrichte gehabt. Eine Anrichte oder ein Küchenbuffet oder Credenz ist ein halbhohes, zwei- oder mehrstufiges Möbelstück zur Aufbauung von Tischdecken und Tafelgeschirr. Aber das ist die klassische Variante. Und heutzutage brauchen wir ja den obersten Teil des Buffets nicht mehr. Das heißt, man hat einfach das Oberteil des Buffets wegrationalisiert und hat dann, um zur Trägerplatte eines großen TV-Möbels beigetragen, ein TV-Lowboard daraus entwickelt. Jetzt kommen wir zu einer anderen Front-Platte. Da werden wir genauso vollziehen wie vorher. Nun kommt es bei diesem Teil darauf an, dass wir dort ein bisschen ausmessen. Denn dieses Teil ist natürlich an der Front zu finden. Es ist wie so ein Sockel zu sehen. Aber der Sockel ist meistens unten. Ich glaube, dieses Teil kommt dann doch eher nach oben. Das heißt also, das ist eher so eine Front-Oberpartie. Nee, es ist schon ein Absatz oben, der auch in Hochglanz gefertigt ist. Und dort müssen wir jetzt ausmessen von einer Seite die Tiefe. Das entnehmt ihr auch eurer Bedienungsanleitung. Aber da ist es auch so, dass ihr schon vorgebohrte Löcher habt. Und da geht es nur um die Ausrichtung der besagten Winkel. Die Winkel müssen nämlich auf die Seite gedreht werden, wo sie später auch dann an den Korpus-Oberteil geschraubt werden können. Das heißt also, ihr nehmt dort dann die Maße. Ich glaube, es waren 3,5 Zentimeter. Und dann wisst ihr, wie rum ihr den Winkel drehen müsst, damit dort eine genaue Ausrichtung stattfinden kann. Wir gehen dort genauso wieder vor. Winkel ausrichten und dann mit den Schrauben fixieren. Auch dort ist darauf zu achten, dass ihr euren, wenn ihr einen Akkuschrauber benutzt, diesen nicht auf Bohren einstellt, sondern auf Schrauben. Denn dann kommt es dazu, dass eine Drehmomentsperre drin ist und ihr dann nicht zu tief diese besagten Schrauben in eure Frontpartie hämmert. Das könnte nämlich zu Beschädigungen führen. So, jetzt nochmal nachmessen. Seht ihr, da haben wir die kurze Seite ist oben. Dort schlägt nämlich der Winkel an. Die lange Seite ist unten. Und das ist dann auch die richtige Unterseite, wenn wir die schwarze Seite nach vorne bewegen. So, ich glaube, wir haben jetzt schon fast alles vorbereitet. Wenn ich das so recht sehe, dann können wir ja zur Montage übergehen. Zur Montage. Wir fangen an mit den Zwischenkomponenten. Dort gibt es zwei Außenteile und ein Mittelteil. Das Mittelteil seht ihr daran, dass es von beiden Seiten nicht schraubbare, sondern Löcher gefertigt hat für die späteren Glasböden. Das ist zum Beispiel das Mittelteil. Ihr seht, überall sind kleine Löcher drin. Das kommt also in die Mitte. Dann schaut, bei vielen anderen Lowboards ist es so, dass das vordere und hinten nicht das gleiche Furnier ist. Das heißt also, richtet die Farbe, die ihr vorne sehen wollt, auch nach vorne aus. In dem Fall ist es egal. Beide Seiten sind nämlich komplett furniert. Deshalb können wir jetzt, müssen wir halt nur darauf achten, dass die Außenteile zur Außenseite kommen und die Innenteile zur Innenseite. Jetzt schieben wir es in die besagten Löcher, die wir ja vorher schon vorbereitet haben, mit auf einer Seite mit den Dübeln, auf der anderen Seite mit den Exzenterschrauben ineinander. Und die sollten auch so richtig schön smooth ineinander einlaufen können. Und das tun sie auch hier. Das heißt also, wir haben jetzt schon mal den unteren Teil unserer Kommode fast fertig montiert. Aber ich glaube, das ist der obere Teil. Das ist der obere Teil. Jetzt kommen wir dazu, die Exzenterschrauben fest zu fixieren. Ich hatte euch ja vorhin schon gesagt, da sind Pfeile dran. Die Pfeile reichen jetzt noch nach unten. Wenn wir aber den dicken Schraubenzieher ansetzen und nach rechts uns in eine halbe Bewegung ungefähr bewegen, bis es nicht mehr weitergeht, dann ist der Exzenterkopf eingerastet und das besagte Möbelteil ist damit fixiert auf der ersten Seite. Jetzt haben wir also die Mittelteile schon auf einer Seite fixiert. Jetzt geht es weiter. Wir wollen ja jetzt uns weiterbauen. Das heißt, jetzt nehmen wir die Frontteile. Ein kleiner Tipp, jetzt könnt ihr schon die besagte Folie abziehen. Ja, ich mache es hier nicht, weil ich einfach so aufgeregt war, dass ich das mit euch zusammen hier aufbauen durfte. Also jetzt am besten die Folie abziehen, dann aber keine Kratzer mehr in die Frontpartie oder ihr lasst sie dran, so wie ich das hier gemacht habe und werdet sie später entfernen. So, also die haben wir jetzt angerichtet. Wir haben ja vorhin schon die Winkel montiert gehabt. Das heißt also, jetzt können wir die Winkel an die Oberseite, die jetzt noch unten liegt, festschrauben mit den mitgelieferten Schrauben. Die Löcher für diese Winkel sind nicht vorgebohrt. Da müsst ihr also gerade rein, dieses Vorderstück richtig anhalten, dass keine Luft mehr zwischen Korpus-Teil und der Front ist und dann gerade, so gerade wie möglich versuchen, die Schrauben einzuschrauben. Obwohl es halt, wenn ihr einen Akkuschrauber benutzt, nicht immer gerade geht, dann geht ihr ein bisschen schräg rein. Das sollte sich dann aber auch erübrigen und eine feste Verbindung herstellen. Es sind nämlich vier Schrauben, die wir hier benutzen zur Fixierung von einem kleinen Frontteil. Das heißt also, das ist recht stabil. Dieses Frontteil ist auch gleichzeitig zur Stabilität der ganzen Korpus-Konstruktion da. Das heißt also, benutzt alle vier Schrauben nicht nur auf 2G. Als nächstes gehen wir mit der anderen langen Frontseite genauso vor, wie gerade gezeigt. Lassen uns mal die andere zur Kontrolle dran halten. Ihr seht, ja, das passt alles zusammen. Gut, die erste ist also die Führung gewesen und in der Mitte passt alles. Sehr schön. Dann können wir jetzt weiter montieren und die große Frontsache auch mal festdrehen. Das heißt also, wir klettern wieder ins Geschehen rein und dann dran ballern und dabei schön die Platte gegen den Korpus richten. Gleiche Vorgehensweise wie bisher. Schön festhalten, Akkuschrauber nehmen, reingeballert. Dann habt ihr nämlich auch schon den großen Teil, also die große Frontpartie fast fertiggestellt. Dann bleibt nur noch die in dem Fall linke Partie fertig. Ne, das ist ja dann die rechte, wir müssen es ja später umdrehen. Also, wir arbeiten gerade uns vom Kopf zum Fuß vor, von diesem TV-Lowboard. Wenn ihr Angst vor Kratzern habt, könnt ihr auch natürlich, weil wir ja jetzt die Front unten haben, dort etwas drunter legen, zum Beispiel Styropor oder eine Matte oder was auch gerade so ist, also eine Folie wieder auch gehen. Also, oder ihr habt halt einfach einen sauberen Boden, dann sollte es da auch keine Probleme geben. So, das heißt also, wir haben jetzt schon gut die Hälfte unserer Montage hier hinter uns gebracht und wir sind bis jetzt noch nicht verzweifelt. Sehr gut, das schafft ihr auch. Super. Das heißt also, die Frontpartie ist schon mal fertig. Jetzt kommt der Bodeneinheits Korpusträger darauf. Auch dort wieder achten, dass Furnier, wenn auf einer Seite kein Furnier da ist, also, wo die Kante dann nicht mit einer dementsprechenden Folie beklebt ist oder mit Echtholzfurnier, das werden wir jetzt etwas reinfriemeln. Wir müssen jetzt ja zwei, vier, sechs Schrauben in die Löcher mit dem Exzenteraufnahmen bringen. Das heißt also, schön gerade draufhalten, ein bisschen ausrichten. Hier seht ihr das. So sind wir jetzt schon in der Führung drin. Die besagten Dübel sind auch schon fertig zur Penetration des unteren Teils. Achtet auch darauf, dass die vorderen Teile, also die Frontpartien, die wir vorhin angeschraubt haben, jetzt nicht im Wege sind. Also etwas nach vorne dehnen und wenn der Weg dann frei ist, könnt ihr es einfach nach unten drücken. Manchmal hilft auch ein kleiner Klaps auf die besagte Stelle, bis es dann einrastet. Hier seht ihr den kleinen Klaps. Manchmal braucht ihr auch ein bisschen größeren. Wenn es nicht reingehen sollte, schaut ihr, ob die Exzenter auch richtig ausgerichtet sind. Also, dass dort die Pfeile auch nach oben gerichtet sind in die Richtung der besagten Exzenterschrauben. So, wie ihr seht, hat sich jetzt hier alles angerastet oder ist eingerastet. Und nun können wir jetzt genauso mal weitergehen und die Füßchen schon mal festschrauben. Ihr könnt auch erst die Exzenter festziehen oder dann die Füßchen schrauben, ist egal. Die Füßchen kommen rechts, links, hinten, rechts, hinten, links und in der Mitte. Ganz wichtig, wenn euer TV-Lowboard keinen Mittelfuß hat, dann solltet ihr entweder einen dazukaufen oder einen selber basteln, indem ihr einfach ein Holzstück nehmt und dieses in der Mitte mit einem Loch versehen und das dann dafür in die Mitte reinschraubt. Weil, wenn ihr da ein paar, ein bisschen Gewicht drauf ballert auf das besagte Lowboard, dann kann es dazu kommen, dass euer Korpus brechen könnte. Das heißt also, es ist zwingend erforderlich, dass ihr bei einem Lowboard fünf Füßchen benutzt. Die Füßchen könnt ihr ganz einfach von der Seite, ich glaube es waren drei Zentimeter rechts, drei Zentimeter links, ausrechnen oder auszeichnen mit einem Gliedermaßstab, auch Zollstock genannt, dann auflegen, genau zielen, wo die beiden Punkte sich dann getroffen haben und dann könnt ihr dort die Schrauben benutzen und von oben nach unten die Füßchen hineinschrauben. Auch dort wieder nicht zu hart arbeiten, die meisten TV-Lowboards haben heutzutage Plastikfüße. Oben rechts seht ihr die Montage auf der anderen Seite, simultan zur linken Seite. So, das heißt also drauf damit, reinschrauben, nicht so doll, Drehmoment nicht so stark nehmen, aber es muss fest sein und dann halten eure Füßchen auch dort, wo sie halten sollten. So, einer bleibt jetzt noch übrig. Hier der Nachzügler dran damit, die beiden Schnittpunkte seht ihr dort, die habe ich mit einem schwarzen Edding jetzt eingezeichnet und dann wisst ihr auch, wo die ungefähr hinkommen. Man könnte auch ehrlich gesagt das Anhalten von beiden so ein Fingerchen breit wegdrücken und reinfrauben. Also ihr müsst nicht unbedingt da messen, denn es ist eine gute Übertragung, wenn ihr fünf Standfüße habt. Den fünften werden wir jetzt nämlich zusammen installieren. Da müsst ihr die Mitte nehmen, also die Mitte genau treffen, einen Strich setzen. In der Bedienungsanleitung sollte auch dort ein Maß stehen, wo ihr euch halt dann in der Mitte treffen solltet. Das heißt also von der Mitte einmal hoch einen Strich ziehen, dann von der Seite die angegebene Länge nehmen und bei dem Schnittpunkt in der Mitte ist dann einfach die Mitte eures Lowboards, wo ihr dann den Fuß reinschraubt. Das könnt ihr aber auch mit einem rechten Winkel zum Beispiel lösen. Das heißt also ihr legt den rechten Winkel genau da, wo der senkrechte Mittelteil steht, dann diesen nach hinten bewegen und in der Mitte dann den Fuß festschrauben. So jetzt haben wir fünf Teile und das sieht doch schon mal gut aus. So jetzt machen wir schon mal hier, wo ich vorhin sagte, bevor wir die Exzenter festschrauben, machen wir jetzt erstmal die Folie ab, denn jetzt kommt nicht mehr so viel. Wir sind schon fast fertig. Die Folie muss überall runter. Das können wir hättet ihr auch vorher machen können, denn jetzt bleibt es öfters mal in den Ecken hängen und man muss dann da im schlimmsten Fall halt den Cover oder den Frontpartie ein bisschen anschrauben und dann kriegt ihr dort aber auch die Folie wieder super duper abgezogen. Denn jetzt ist eure Front Hochglanz sehr gefährlich, sehr anfällig für Kratzer. Aufpassen, aufpassen. Okay, jetzt seht ihr hier nochmal ein Exzenter von der Nähe. Ich sagte ja vorhin, dort ist ein Pfeil. Diesen Pfeil meinte ich nämlich, der muss dahin ausgerichtet sein, wo die Exzenterschraube dann aus dem Korpusmaterial rausragt und dann in das Seitenmaterial reinragt. Das meinte ich vorhin, wo ich es genau erklärt hatte. Das wollte ich euch nochmal extra zeigen, denn diese Dreiecke sind an jedem Exzenter vorhanden. Die ist sozusagen die richtungsweisende Kraft, die dann von oben nach unten sich holen sollte. Nun schrauben wir natürlich noch die Exzenter auf der oberen Seite fest. Das heißt also Schraubendreher rein, nach rechts halbe Drehung, Viertel bis halbe Drehung. Manchmal ist es auch nicht so ein weiter Weg. Also wenn ihr Widerstand merkt, reindrehen und ein bisschen einen Tick noch weiter, dann ist alles eingerastet, aber nicht eingerostet. Wenn dann alles ja wieder fest ist, wir haben also den Korpus komplett fertig gebaut, wir haben die Füße dran, dann müsst ihr nur noch zur Montage der LED-Beleuchtung übergehen. Es gibt natürlich auch Lowboards ohne LED-Beleuchtung, aber es ist wirklich was Schönes, wenn ihr eine erlebt. Ah, jetzt sieht man das gut. Passt auf, ich drehe jetzt und dann zieht sich oben der Korpus. Zack. Da hat sich jetzt die Platte an den Korpus drangezogen. Jetzt sieht man es nochmal. Sehr gute Einstellung hier. Oh, ich bin begeistert. Und dann nutzt ihr auch einen richtig dicken Schraubendreher. Wenn ihr da einen kleinen benutzt, dann ist das nicht so gut. So, jetzt kommen wir also noch. Erstmal umdrehen. Das Lowboard habe ich jetzt umgedreht, die Füße sind unten. Jetzt, ah stimmt, das hätte ich ja noch fast vergessen. Wir haben ja noch Blenden für die Exzenter. Oh, die Exzenter Blenden stopfen werden wir jetzt drauf stopfen, damit auch eine farbliche Angleichung von diesen allen vorliegt. Diese stopfen kann man später dann mit einem Schlitzschraubendreher wieder raushebeln. Dann habt ihr auch wieder Zugang zu den darunter befindlichen Komponenten und könnt eventuell Einzelteile austauschen oder das ganze Plättchen dann ersetzen oder demontieren, wenn ihr in einem Umzug gerade seid. Aber nochmal, preiswerte Lowboards solltet ihr nicht so oft demontieren, weil das ist schon nicht so dick und fett krass miteinander verbunden, dass das oft passieren sollte. Oh, jetzt, ich habe ja ganz schön viel was vergessen. Wir müssen ja noch die Träger für die Glasplatten einbauen. Wir haben drei Etagen zur Auswahl. Ich wähle jetzt mal die mittlere Etage. Das könnt ihr aber jederzeit ändern. Die besagten Träger in diesem Fall haben einfach nur einen Fuß. Den steckt ihr in das vorgebohrte Loch hinein und dann müsst ihr die flache Seite nach oben richten, wo dann die Platte später drauf liegen sollte. Hoherwertige Lowboards haben dort auch etwas komplexere Halterungen. Da ist zum Beispiel noch so ein Fuß in der Halterung auf der anderen Seite. Das heißt, dort rastet dann sogar euer Einlegeboden ein. Das müsst ihr dann einfach beachten. Schaut euch das vorher an, ob der Einlegeboden dann eine Aussparung hat an den Seiten oder ob er nur Plan ist, so wie die Glasplatten hier sind. Deshalb reicht es auch hier, wenn wir dort einfach die flache Seite nach oben richten. Das ist ja jetzt einfach zu sehen. Wir haben ja das Lowboard auf den Fuß schon gestellt. Das heißt also, die flache Tellerseite kommt nach oben, um Platz zu haben, wo man dann die Glasplatte drauflegen kann später. Richtig umgedreht. Auf geht's zur Glasplattenmontage. Wir haben zwei Glasplatten, die als Einlegeböden hier benutzt werden. Am besten ihr tragt Handschuhe, denn ihr seht jetzt schon hier, ich habe keine getragen und ich habe direkt Patscher drauf. Aber nicht schlimm. Wir wollen ja authentisch bleiben. Jetzt werden wir die Glasplatte einfach hinaufdrehen oder hineinschieben. Achtet darauf, dass ihr nirgendwo großartig an den Korpus drankommt, denn es gibt schnell Kratzer in diesem Fall. Wenn ihr diese dann eingelegt habt, guckt, dass die Glasplatte hinten mit dem Korpus abschließt, denn so habt ihr vorne ein bisschen Versatz. Das sieht einfach besser aus. Und achte darauf, dass alle Füße noch drin sind. Kein Fuß sollte jetzt rausknicken, denn sonst könnte es zu Schäden an der Glasplatte kommen. Jetzt auf zur LED-Beleuchtung. Die LED-Beleuchtung hat einen Druckschalter, wie ihr hier seht. Sie hat einen Stromanschluss, sie hat ein Kabel und eine Verteiler-Hub. Dieser Verteiler-Hub kann bis zu 2, 4, 6 Leuchten mit Strom versorgen. Unser Lowboard ist etwas kleiner. Das heißt, wir brauchen nur zwei. Das Lowboard ist 1,34 breit, 39 tief und 29 Zentimeter hoch. Das ist ja schon mal was. Die einzelnen Fächer sind gut dimensioniert, um moderne, besagte Playstation und Xbox etc. einzusetzen. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich jetzt die Stromversorgung einfach hergestellt, indem ich die Stecker der beiden LEDs da reingesteckt habe. Einen rechts, einen links. Ihr könnt wählen, welchen ihr wollt. Dann stecken wir von der Hinterseite aus den LED-Träger hinein, drücken ihn vorher aber ein bisschen zusammen, damit eine Spannung entstehen kann. Also keine elektrische Spannung, sondern eine Spannung des Metalles, was dann die LEDs schön in Position hält. So, das sieht doch schon mal schön aus von hinten. Jetzt wollen wir natürlich auch gleich noch nach vorne schauen. Jetzt seht ihr, da sind wir in den Hub reingegangen. Die Elektronik ist gelegt. Wir müssen jetzt nur noch den Strom anschließen und dann sieht euer TV-Lowboard hoffentlich auch so gut aus wie meins hier. Aber bestimmt schafft ihr das noch besser. schöne blaue Beleuchtung. Sehr schön geworden. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit diesem hoffentlich hilfreichen Aufbau-Tutorial. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, bitte abonniert mich. Gebt mir ein positives Feedback. Ich hätte mal sauber machen können, bevor ich es filme, oder? Bis zum nächsten Mal. Sunsun! 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 Sunsun!